Mit meinem ersten Kunden habe ich ziemlich viel Glück gehabt. Die Art, wie er mich ansieht, macht mich an. Wenn Ihre Brüste anfassen, mögen Sie das? Haben Sie das Gefühl, Sie dominieren? Gibt Ihnen das ein Gefühl von Macht? Mögen Sie das etwa nicht? Es ist wie mit den Zigaretten. Aufhören ist schwierig, weil mit einem Mal hatte ich Geld. Wie würden Sie diese Männer beschreiben? Haben Sie bestimmte Probleme? Oh nein, überhaupt nicht. Sie sind vollkommen normal. Die meisten könnten ja vom Alter her mein Vater sein. Gelangweilte Ehemänner. Sie finden das nicht demütigend? Nein. Ich glaube, ich verstehe das nicht so ganz. Seit du diesen Artikel schreibst, bist du eigenartig. Diese Recherche über die Nutten. Ich glaube, das sind nicht einfach nur Nutten. Nutte ist Nutte. Du scheinst dich ja gut auszukennen. Viele mögen das Sachen zu sagen. Wie? Du stehst auf meinen großen Schwanz oder... Ja, darauf stehst du, kleine Schlampe. Im Grunde wollen sie nur von ihrem Alltag erzählen. Der Arbeit... ihrer Frau. Was fällt Ihnen am schwersten? Ich muss immer lügen. Diese Lügerei ist am schwersten. Weißt du nicht, wie viel Glück du hast? Merkst du nicht, wie andere sich abrackern? Wovon redest du bitte schön? Hast du dich etwa abgerackert? Ich habe das Gefühl, ich stinke immer noch. Man kann auch so viel Flaubert lesen oder studieren. Das ändert gar nichts. Ich bin nun mal nicht wie sie. Das spüre ich. Das macht doch ein bisschen einsam, oder? Das sind wir sowieso alle.